Manuelsen fährt alleine in die Stadt von seinem Feind und fordert ihn öffentlich zu einem Kampf heraus. Die Fahrt und sogar das Warten auf den Typen filmt er live. All seine Follower können mitverfolgen, was da passiert. Kurz bevor er das gemacht hat, gab es eine Ansage auf Instagram. Da hieß es, ich komm jetzt nach Reinhausenmarkt. Komm und klär, was du zu klären hast, du kleiner Sch***. Sein Erzfeind, der seit Tagen und Wochen mehrere Ansagen gegen ihn verteilt, hatte Zeit bis 22 Uhr zu erscheinen. Der Streit zwischen den beiden ist vor gut einer Woche erneut eskaliert. Denn da hat Ali Osman den Motorradhelm von Manuelsen geklaut und damit auf YouTube rumposiert. Doch irgendwann reißt der Geduldsfaden von Manuelsen. Ansagen auf Instagram gibt es nicht mehr. Dafür fährt er in seine Stadt und will ihn direkt kaputt schlagen. Mehrere Minuten wartet Manuelsen auf Ali. Doch anstatt, dass er erscheint, tauchen da immer mehr Menschen auf. Doch von ihm fehlt jede Spur. Manuelsen meinte, wenn er nicht erscheint, ist er kein Mann. Hier gibt es die komplette Aktion. Langweilige Stellen, wo nichts passiert, habe ich rausgeschnitten. Aber nichts an der Story verändert. Erkeksangel. Ich bin alleine gekommen hier mit dem Motorrad. Hier damit du siehst. Gibt es natürlich ein paar Rheinhausener Schabbat, die hier sind jetzt so. Aber das sind ja deine Leute. Ich bin ja Mühlheimer. Erkeksangel. Guck mal. Erkeksangel. Ich warte hier. Hier, ich stelle mein, äh, warte, wo stelle ich das hin? Hier, aha. Ja. Neben dem Helm. Neben dem Helm. Probi mal den Helm zu klauen. Aha, hier ist wieder ein Helm. Ich klau mal den. Dankeschön, Abi. Hier, hier ist wieder ein Helm. Hier, ich stelle das, äh, und warte, hier, aha. Rheinhausen, ich stehe hier, wir sind live. Erkeksangel. Gelmesan, 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 jaus schacklaren önde negi den Zensen. Gel, bis bei Gliurus. Alle, wir sind hier. Hier, nicht, dass ihr denkt, Janne. Hier, hier, Marktforum, Rheinhausen, bis live ist. Gerne. Komm. Joksau. Wollastau. Na, dankeschön. Ich habe gerade gegessen. Also, in jedem Zensen. So. Komm vorbei. Komm, du bist doch Rheinhausen, du bist doch, du weißt doch, du willst mir doch erzählen, wie es hier abgeht. Guck mal, ich bin alleine aus Mühleim gekommen. Alleine, ha. Ich bin alleine aus Mühleim gekommen. Hier, komm, hier. Mit Motorrad bin ich gekommen durch Schnee und Regen, ha. Damit du siehst, wie richtige Rocke aussehen. Aha. Hier. Komm. Du bist bei Gliurus, ha. Du bist Rheinhausen, aber normalerweise musst du in fünf Minuten hier sein. Ich schaue auf meine Mutter. In Mühleim kannst du diese Aktion nicht, nicht machen. Du kannst nicht drei Minuten live gehen, dass nicht einer kommt, dich von der Seite wegknallt. So, komm. 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 Komm, komm, komm. Komm, wir klären das jetzt. Wie du willst, klären wir das. Wenn du jetzt nicht kommst, wenn du bis 10 Uhr nicht gekommen bist, ne, wenn du bis 10 Uhr nicht gekommen bist, wenn du noch einmal im Internet deinen Mund aufmachst, ne. Komm. Komm, komm, komm. Hier mit Farben bin ich hier, ha. Ja. Damit du siehst. Ist doch Satudara-Hochburg hier. Komm, hier. Komm. Nimm ab. Komm, nimm mir ab. Ich bin genau Marktplatz hier, mitten auf dem Marktplatz. Mitten auf dem Marktplatz. Ich hab dir gesagt, wer die Leute sind, die in Rheinhausen in charge sind, Bruder. Ich hab dir gesagt, wer die Leute sind, die in Rheinhausen was zu sagen haben. Und bei Gott, bei Gott, du bist nicht einer davon. Du bist nicht einer davon. Mexican 4 Finger Style drohst du mir seit anderthalb Jahren. Du willst mir die Finger abschneiden, Köpfe abschneiden, das abschneiden. Du willst aufpassen. Hier, ich bin nachts in deiner Wohnung, dies, das. Ich bin zu dir gekommen. Ich bin in Rheinhausen. Alleine. Alleine bin ich hier. Alleine. Alleine. Komm mit deinen Kollegen. Komm mit deinen Kollegen. Komm und knall mich weg. Komm. Komm mit den Überzahl. Komm mit 10. Komm mit 10 und knall mich weg. Kein Problem. Keine 24 Stunden. Ich schwör auf meine Mutter. Du musst aus Deutschland auswandern. Auswandern. So. 5.431 Leute sehen dir gerade zu. Jetzt ist deine Chance. Komm und knall mich weg. Komm. Komm und knall mich weg. Komm. Sobald du kommst, sobald ich sehe, dass du kommst, mach ich live aus. Nicht, dass du denkst, ja, äh, nicht, dass jetzt die Ausrede kommt, ja, du bist live, dann sieht jeder, dass ich machen kann. Sobald ich dich sehe, dass du kommst, mach ich live aus. So. Gibst du ein bisschen. Gibst du ein bisschen dir. Komm. Ich warte eine Viertelstunde. Viertelstunde musst du eh sein, oder nicht? Der wird nach 5 Stunden hinkommen und ein Video machen. Ich komm jetzt, ich war kurz schlafen. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Aber bis live ist, ja, habern lassen. Ja, ich hab kein Problem. Okay. Ah, sag das immer. Ja, ja, wenn jedem. Alles, endlich jedem. Wallah, sag. Tut mir leid für die 5700 Zuschauer, dass es hier jetzt nicht so ein Entertainment-Stream ist, aber wie gesagt. Wir sind in Rheinhausen. Wir sind in Rheinhausen live. Rheinhausen Markt. Ne? Rheinhausen Markt. Ich bin gerade hier hingekommen und ich will jetzt wissen, was hier los ist. Ja, alle Leute, die gerade zugucken, später könnt ihr einmal auf YouTube gehen und checkt das neue Video vom Kotschan-Vlog featuring Manu Hessen. So. Anna. Anna. Wie geht's? Wie geht's aus, Cabra? Sehr gut. Ja, siehst du noch. Oder schüren, Moti. Du bist nicht hier, ey. Ja. Ja? Ne, den Samer. Guck mal, dass jetzt Leute kommen, bist du natürlich selber schuld. Ne, weil wir sind natürlich live. Ne, und ich hab dir gesagt, ich hab dir gesagt, was in Rheinhausen los ist. So. Das ist natürlich deine eigene Schuld. Du hättest natürlich auch direkt kommen können. Du hättest auch schon vor mir hier sein können. Ich hab ja schon vor einer Viertelstunde gesagt, dass ich komme. Eigentlich hättest du mich eigentlich hier erwarten müssen. Ne? Also, wir warten hier. Hä? Wir warten hier. Mittlerweile bis Auto kann man da rum. Ne? So, ist deine eigene Schuld. Komm, du hast neun Minuten Zeit noch. Du hast noch neun Minuten Zeit. Aha. Warte mal. Da kommt dein Auto. Aufschneiden angefangen. Transporter. Ne, ne. Andere Baustelle. Soll nachher keiner mit der Ausrede kommen nach dem Motto, oh, 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 ja, äh, ich war kurz nach dem da oder so. Guck mal, ich weiß ganz genau, ich weiß ganz genau, wie weit, wie lang du brauchst bis zum Marktplatz. Du brauchst fünf Minuten. So. Und ich hab vor einer halben Stunde, vor einer halben Stunde hab ich gesagt, ich komm nach Rheinhausen, du hättest auf mich hier warten müssen. So. Wir warten hier. im Kolosseum, in der Schaltzentrale. Wir warten. Bunlar, Kim. Standard, standard. Ja? Wie ihr seht, mein Bruder Papus hat den live gesehen, ist aus Milan direkt hier hingerast. Mein Bruder Hasem auch. Ja, ne, da kann man nichts machen. Ne? Das sind halt Brüder. Und deswegen, äh, sind wir jetzt nicht mehr alleine. Deswegen, es wäre so, auch wenn ich alleine gewesen wäre, wäre es sowieso unfair gewesen. Ne? Aber, jetzt, die Leute haben natürlich mitgekriegt, diverse, diverse Rheinhausener sind hier. Diverse Rheinhausener sind hergekommen. Ne? Ja. Guck mal, ist er, Athenier. Ah, Jihad. Ja. Ja. Ja, so, genau so. Ja, so, was soll ich dir sagen? Ey, muss er mir weh. Wohle. 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 Ja, Wohle. Wohle. So, du hast noch vier Minuten. Hallo. Du hast noch vier Minuten, dann hauen wir ab. Ne? Guck mal. Danach will ich nie wieder einen Mucks von dir hören. Oder komm jetzt, komm schnell, du hast noch Zeit. Komm. Ja, Schukranhai. 6.319 Männer sehen gerade, wie du dich selber zu einem K*** machst. Lang K***. Bisher haben wir Spaß gemacht und lustig gemacht und wir haben uns ein bisschen gewehrt von dem, was du gemacht hast. Aber kenn dir eine K***. K***. So, ganz einfach. 58. Aha. Warte mal. Nein, Okay. Was hast du? Das ist der Nachbarn, der fährt zwei Kilometer rum, der fährt fünf Kilometer. Ja? Das ist der Nachbarn. Wollah? Ja, ja. Dein Nachbarn fährt hier rum. Hä? Hä? Hast du Spione geschickt? Hä? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Jokshorn. So. Wir haben 22 Uhr. Ich stand gut 20 Minuten jetzt hier. Ich habe lange angekündigt, dass ich komme. Du bist nicht gekommen. Ne? Von jetzt ab. Von jetzt ab. Mach deinen Mund nie wieder auf. Mach deinen Mund nie wieder auf. Ich habe allen bewiesen, du bist nicht Rheinhausen. Keiner, kein, du bist nicht Rheinhausen. Rheinhausen sind Ilke, Beddo, Meddo. Ne? Deswegen, bitte mach deinen Mund nicht mehr auf. Mach deinen Mund in Zukunft nicht mehr auf. Du hast nichts mehr zu sagen. Du hast nichts zu kamellen. Sag, dass auch dein Laufburschen und dein ganzes K*** mit dir sind. Ne? So, du hast nichts mehr zu sagen. Du hast nichts mehr zu sagen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich stehe noch hier ein bisschen mit dem Schabab. Wir essen noch ein bisschen was. Ne? Was hast du da nicht ihm? Bist du mit ihm da? Guck mal. Tut mir leid für die 6.315 Leute jetzt. Passt auf euch auf. Glaubt nicht, Ali Osman. Diesen Schwanz, diesen Zinker, diesen Verräter. Diesen Verräter an Duisburg. Diesen Verräter an Rheinhausen. Und die Peinlichkeit aller Türken. Peinlichkeit aller Türken. Die Peinlichkeit aller Türken. So. Ohne gönne, Ali. Nur damit du das weißt. Nur damit du das weißt. Nur damit du das weißt. Deine Landsleute sind stabile Leute normalerweise. Aber du bist keiner von denen. Du bist keiner von denen. Habernossen. Dass du redest über andere Nationen. Und der ist das. Und der ist das. Allem. Send Nathan. Send Nathan. Send Nathan. Hame. Harte. 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 Untertitelung des ZDF, 2020